Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion und letzte Woche hatten wir es doch gehabt von Energydrinks und LMAX Gelee und wie das Ganze zusammenhängt. Heute geht es um Limonade, genauer gesagt um Mango-Limo. Es gibt nämlich eine Mango-Limonade, die ich kenne und das ist Rubicon Sparkling Mango. So, tatsächlich ist damit die Geschichte erzählt oder beziehungsweise ist damit die wichtige Information erzählt. Die Geschichte dahinter ist auch wieder, oder beziehungsweise da steckt natürlich auch wieder eine Geschichte dahinter und zwar ist die, hier ist ein Schutzamulett, das ist nicht die Geschichte, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, wer das kriegt. Und dafür muss ich erstmal wieder, naja, ich habe gerade eben, ich speichere immer nach jeder Aufnahme, sodass wenn die nächste Aufnahme Quatsch wird. So, Schutzamulett ist Magieresistenz. Okay, Magieresistenz. Uff, das ist eine schwere Entscheidung, wer kriegt die Magieresistenz? Ich habe tatsächlich reine, weil der, der braucht Schutz vor allem irgendwie. Ja. Und zwar, wie gesagt, Mango-Limonade. Wir haben, als ich bei der Firma angefangen habe, wo ich jetzt arbeite, sind wir immer regelmäßig mit Kollegen essen gegangen. So, die habe ich doch nicht angeguckt. Mann, habe ich Luft im Bauch. Entschuldigung. Ähm, wir sind immer essen gegangen mit Kollegen und da gibt es so einen kleinen, oder gab es so einen kleinen Bereich. Ach, du Scheiße. Dann freden wir die erstmal ein und dann hauen wir drauf. So, das ist jetzt verteidigt werden. Der Blitzstrahl bringt nichts, der Feuerregen aber wahrscheinlich, weil der Feuerball bringt was. Kann natürlich sein, dass er die jetzt wieder auftaucht. Hätte ich es nach hinten machen sollen? Na ja, wurschtet. Das ist so ein Food-Kopf, wenn so lauter kleine Stände sind. Unter anderem war da so ein Thai-Stand oder so ein Thai-Container. Und bei dem gab es Ugumikon-Sparking-Mango. Da habe ich das zum ersten Mal entdeckt. Das sind auch kleine Dosen. Ich habe es bisher nirgends anders gesehen, also wenn ich es gefunden habe, war das immer in Dosen. Auch nicht so schön eigentlich. Die Kisten sind tatsächlich sehr magieresistent. Scheinbar, also zumindest nehmen sie auch hierdurch nicht viel Schaden. So. Dann Don-Schlinge 7. So. Jetzt muss ich erst mal überlegen, was ich mache. Ich werfe die da hinten einfach mal ab. Ja, verfehlt den Gegner. Okay. Ich glaube, das hilft. Ich glaube tatsächlich, dass man so nicht Fernkampf trainieren kann. So. Dann hauen wir halt drauf. So. Das ist das, was ich eigentlich ungern machen möchte. Das Taunsaal wieder auf. Jetzt ist der nämlich hier ungeschützt. Ich fliege sie gerade wieder ein. Also wo habe ich sie immer mit der Frostklavine umgebracht, die Gegner? Jetzt fliege ich sie tatsächlich nur ein. Und wenn das Ding leider, das macht 27 Schaden, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, bei denen ist das tatsächlich die alte Standard-Taktik-Flieg machen muss. Zweimal einfrieren und dann kriege ich auch derb die Erfahrungspunkte. Ich gucke jetzt nur eben, dass ich raste und dann geht es direkt weiter. Und zwar habe ich dann danach gesucht. Ich habe mit dem Rubicon Sparkling Mango sucht. Und was ich finde von Rubicon, das gibt es auch in Tetra Pax, ist Mangosaft. Schmeckt auch geil, ist aber was anderes. Also der Mangosaft ist ein ganzes Stück süßer. Ist auch trüb, während das Rubicon Sparkling Mango tatsächlich eine durchsichtig-orangene Flüssigkeit ist. Und ein Stückchen weniger süß als der Mangosaft. Also es schmeckt so ein bisschen, als wenn der Mangosaft konzentrierter wäre. Das ist vor allem, wie wir reden, das sind wir Gegner. So, dann machen wir das jetzt einfach so, auch wenn das jetzt noch zweimal geht. Ja, und seitdem suche ich also danach, dieses Rubicon Sparkling Mango zu finden. Jetzt hat er meinen Mitbewohner. Normalerweise gehen wir immer zusammen einkaufen, immer freitags in den Globus. Und dann an meiner Seite, in Dörnigheim. Ich weiß gar nicht, ob der Dörnigheim ist, zumindest in Maintal. Und jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Einen kleinen Augenblick. So. Das war falsch. So ist die rüberlaufen. Wie griffst du die hier hinten an? So, Globus in Maintal. Weil Globus... Wir gehen immer normalerweise zusammen einkaufen. Er ging da alleine einkaufen an diesem einen Tag. Was halt manchmal passiert. Wenn es dann irgendwie außer der Reihe ist oder so. Ich bin in der Arbeit. Dann haben wir meistens so die Regel, dass wir das so machen. So, jetzt greife ich einfach an, wenn es abhauen. Hauen wir uns ab. Ja, der hat jetzt ab. Okay. So. Und... Habe ich... 27 von 30. Das wird langsam knapp. Ja, jetzt haben wir zu viel. Dann nehmen wir hier noch so 20 Steinchen runter. Tom hat keine Plätze mehr frei. Ich habe es jetzt gegeben. Reiner, oder? Ja. Nicht schlimm. Nur mal hier 10 runter. Und ich weiß nicht, welchem Laden er war. Er war nicht im Globus. Das weiß ich. Weißt du, was sind die richtige Atom? Wir haben einfach die alle. Ich muss sich eh 102 Kilo tragen. Von daher. Ich gebe doch einer jetzt einfach alle, oder so. Und dann kam er mit Rootby ein Dokumentteil. Dokumentteil. Okay. Ein Dokumentteil. Interessant. Also davon habe ich gar nichts gelesen. Weil ich habe nur gesehen, dass man da irgendwie dann noch die Treppe runter... Also, ah, da war ja die Treppe. Und dann habe ich aufgehört weiterzulesen, weil ich will mich ja eigentlich nicht spoilen. So, deswegen speichere ich jetzt auch nochmal. Heute speichere ich öfter. Abgesehen davon, ich drücke jetzt endlich mal hier auf den Knopf. Dass es bei mir dann rot blinkt, wenn die 30 Minuten, beziehungsweise jetzt sind es halt... Wahrscheinlich so knapp 35 Minuten rum sind. So, ich bin da bei... Bei Morrowind konsequenter, was das Anscheinungsverteile angeht. Und dann kam er also zurück mit Rootby. Und zwar... Und Rubicon Spuckling Mango. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Da kam einfach nur was. Und war das jetzt einer von den Edelsteinen oder was? Das hat einfach Plupp gemacht und ich habe jetzt was. Keine Ahnung. Oder war das jetzt hier diese beschlagene Kappe? Die... Wahrscheinlich die mir nur was bringt. Doch, die Druiden können die auch nehmen. Aber ich glaube, das, was die haben, ist schon besser als eine beschlagene Kappe. Das ist Schutz 6. Und das ist Schutz 4. Ja, genau. So, jetzt wird es schon schwer, Sachen zu erkennen. Aber hier kommt wieder ein Kampf. So. Und zumindest war da eben Rubicon Spuckling Mango dabei, weil es ein Importladen war, waren auch den Produkten Aufkleber drauf mit dem Namen des Ladens. Dann bin ich natürlich darauf hin, auf den Webseiten gegangen und habe gesehen, dass man dort auch ganz... sagt, die haben einen ganz normalen Shop, da kannst du also einfach bestellen. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Und das ist jetzt ja gut, ob ich die ganze Geschichte überhaupt erzähle. Und zwar habe ich diesen Shop, ich war auf der Seite von dem Shop und ich habe vergessen, wie der Name war. Und ich habe mir das Ganze nicht gepuppmarkt und ich finde, es muss verrecken nicht mehr in meiner Historie. Ich habe keine Ahnung, welcher Shop das war. Und das ist wirklich ärgerlich, weil die hatten diverse Getränke und so weiter, wo ich bestellen wollte. Und dann haben wir hier noch mehr Getränke. Tom hat keine Plätze mehr frei. Ist das nicht hier? Ah ja, okay. Der Automatismus funktioniert nicht, wenn... Okay, das ist gut zu wissen. So, das wusste ich wahrscheinlich schon, habe es nur wieder vergessen. Ja, ziemlich ärgerlich, dass ich halt nicht mehr weiß, was das für ein Laden war. Ich bin mir sicher, der Name fing mit T an. Aber tatsächlich würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Selbst wenn das Ganze jetzt irgendwie ewig her ist. Wenn ihr jetzt das Video guckt, ein Jahr oder so, nachdem es rausgekommen ist, ist es im Endeffekt scheißegal. Weil ich, abgesehen davon, dass ich jetzt... Keine Ahnung mehr, wo ich landen muss. Hier. Immer rechts rum, ne, eigentlich. Wenn ihr einfach schreibt, hey, ich habe einen Laden gefunden, wo es Rubicon Sparkling Mango gibt. Und wichtig ist eben das Sparkling Mango. Bonuspunkte, wenn es nicht in der Dose kommt. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von Dosen getrinken. Davon abgesehen. Und ja, es kann gut sein, dass ich jetzt so halb im Kreis laufe. Aber ich mache halt gerade die goldene Labyrinth-Regel. Laufe immer an der rechten Wand lang. Ich gucke mal eben, ob da ein Zirkel drin ist. Nein! Ich bin hier unten raus. Sehr schön. So, dann drehen wir uns rum. Und dann müssten wir hier hoch, wenn ich mich nicht... Und dann rasten wir nochmal und dann gehen wir dahin, wo die Spinner sind. Das ist doch fein gelaufen jetzt. Ja, also wenn ihr eine Quelle für Rubicon Sparkling Mango findet, wie gesagt, Bonuspunkte, wenn es... Nee, das war der Spinner. Uah! Das Interessante ist, ich habe halt den Kompass. Daher weiß ich immer, wo der mich hindreht. Und das einzige Problem ist wahrscheinlich, ähm, dieser Feuerball. Jetzt ist schon wieder irgendwas einfach in mein Inventar gegangen, ohne dass ich sehen konnte, war es... Den Tisch ist, glaube ich... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gekriegt habe. War das Gold? War das Essen? Ich nehme an, dass sich dieses Spezial, also der Feuerball, dass es sich hier so durchbewegt. Und ich muss jetzt gucken... Hier ist kein Spinner. Das ist gelbes. Jetzt ist es hier. Mal gucken. Das sieht ein bisschen so aus wie das, aber auch nicht ganz. Es kann sein, dass da ein Goldstück gemeint ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Wie viel? Ich mache jetzt mal 81,9. Achtung, jetzt ist es das letzte. Oh, nee, ist es nicht. Okay. Hier müsste ich ohne Spinner durchkommen. So, 81,9. Ja, es ist einfach Gold. Okay. Okay, jetzt würde ich mich nicht wundern, wenn das Spezial jetzt auf mich zukommt. Und ich hoffe, dass es hier dran vorbeigeht. Ja, genau. Ich nehme an, dass das immer, wenn es gegen irgendeine Wand knallt, sich dreht und durch die Spinner auch nochmal beeinflusst wird. Genauso wie ich auch gedreht werde durch die Spinner. Guck mal, jetzt geht es an mir vorbei. Jetzt müsste es, ich erwarte, dass ich den Spinner jetzt entweder hier unten rum geht oder hier oben rum geht. So, gehen wir mal. Das fliegt einfach so durch den Spinner durch, gut zu wissen. Aber ich weiß, dieses Gerümpel ist das letzte Gerümpel. Das heißt, dann haben wir hier den Raum leergeräumt und ein bisschen Gold gekriegt und werden hier angegriffen. So. Also, ich wäre sehr dankbar, wenn ich eine Stelle finden würde, an der ich Rubikons Stachy-Mango bestellen kann. Das ist die Message und die es die ganze Zeit gibt. So, nachdem ich das jetzt bestimmt 20 Mal wiederholt habe, dass ich es auch wirklich wisst, habe ich gar kein Thema mehr vorbereitet. Das heißt, hierfür mir fällt eins ein. Und das kann ich tatsächlich nur das Spiel kommentieren. Und da passiert halt jetzt, abgesehen davon, dass ich kämpfe, nicht sonderlich viel. Und ich knall halt jetzt den Rhin-Ries ein auf den Latz. Auch wenn sie nicht viel Erfahrungspunkte geben. Die müssten jetzt eigentlich fliegen. Ja. Der nicht. Dann kriegt der noch eins vor den Latz. Die Sonne ist ziemlich flott, ne? Äh, ich meine, ähm, Sira hat ja jetzt diese Beschleunigungsgeschichte aktiv. So, das war's schon. Moment, doch. Das Speziale ist hier nach unten gegangen. Es ist also durch den Spinner beeinflusst worden. So, und jetzt wird das wahrscheinlich hier irgendwo Genau, jetzt wird das hier zurückkommen. Ah, das ist die Idee. Okay, das ist doch halb zufällig. Weil wenn es hier jetzt unterwegs ist, dann ist es nicht der Spinner, der es beeinflusst hat. Das hat einen festen Weg. Jetzt kommt sie nämlich hoch. Und dann wird sie jetzt an mir gleich vorbeikommen. So, jetzt geht's hier lang. Und hier will ich jetzt gleich runter. Und das wird jetzt hier rauskommen und dann von mir weggehen, wie es vorher war. So. Jetzt kann ich hier so. Das ist jetzt dieser untere Bereich, den ich auch durch muss, weil ich sonst in die Spinner reinlaufe. Und die sind wahrscheinlich dafür da, wenn du den Kompass nicht gekauft hast. Weißt du nicht, in welche Richtung du guckst? Das gibt es tatsächlich in anderen Spielen. Ist das ein ziemlich übliches Ding. So, dann schauen wir jetzt mal, ob das uns jetzt hier hilft. Dann speichern wir nochmal Gefahr. Und zwar haben wir jetzt die neuen Amulette. und dann schauen wir mal, ob wir jetzt das Amulett der Stärke nehmen können. Wir aktivieren wohl immer noch die Falle. Aber ob wir jetzt einfach durchlaufen können. So, und jetzt gucken wir mal, wer das Glück hat. Das war ein Meltas. Nein, können wir nicht. Da glitscht schon das Spiel aus. Das war extrem. Ich kann tatsächlich in die Unzune klicken. Ihr seht, ihr seht, äh, ein, 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 äh, ja, das ist halt... Für mich, für mich ist die Frequenz, mit der dieses Flackert viel höher als bei euch. Ähm, tatsächlich werde ich jetzt, äh, die Reißleine ziehen und einfach sagen, hallo Leute, tschüss Leute. So, und dann machen wir eben das Spiel gerade wieder neu an. So, dann synkt ja eben die Spielstände. Wir haben ja gespeichert. Also ist das nicht die Lösung. Da wird es mit Sicherheit noch eine Lösung geben. Wir haben aber jetzt die Farbkarte. So, genau. So, wir wollen nicht in die Settings, wir wollen das Spiel starten und das Intro kennen wir schon. Nein, das war das Falsche. Das ist die Gewohnheit. Wir haben gespeichert bei Gefahr. So, und zwar wollen wir jetzt nicht hier lang. Entschuldigung, nicht hier lang. Wir wollen hier runter und die Farbkombination von der Farbkarte eingeben. lesen. Aha, hier sind also zwei, das ist auch schön gezeichnet, tatsächlich. Die zwei Dings, das ist, das hier ist Süden, das ist also gelb, grün, gelb ist unten. Und unten erst in, im Süden. Ist das gelb? Ich würde sagen, ich würde sagen, das hier ist das gelbe. Grün. Es kann auch sein, dass das eben das gelbe ist, aber das ist, glaube ich, gelb. Auf der Übersichtskarte sehen wir die Farben natürlich nicht. Das würde natürlich auch nochmal helfen, wenn man da vergleichen könnte. Dann haben wir blau, blau, lila oder, oder, oder sowas. Blau, blau, grün, lila. Sehr schön, jetzt sind die tatsächlich einfach alle verschwunden. Das war also richtig fein. Zehn Gold. Jetzt steht es da, dass es Gold ist. Sieht man es mal. Nochmal Gold. Meine Hoffnung ist ja eigentlich eher, dass ich jetzt hier irgendwas gefunden habe, um die Gold. Ich meine, es klingt ein bisschen enttäuscht vom Gold. Es ist einfach, weil meine Erwartung war, dass ich jetzt diese Falle umgehen kann. Schauen wir mal. Ja, es ist einfach nur Gold. Okay. Ich probiere die Falle jetzt nicht nochmal aus, sondern stattdessen habe ich jetzt ein Dokumentenfragment. Und damit gehen wir jetzt nach Belovino und reden nochmal mit dem Rad. Das hier müsste jetzt doch, das ist genau der Weg, den wir gehen wollen. Max sah langsam, damit er nicht, letztes, einmal hatte er einen Tastendruck nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig verarbeitet, weil eigentlich war die Kombination schon mal richtig. deswegen möchte ich jetzt extra langsam. So. Dann schauen wir doch mal. Das ist natürlich mitten in der Nacht. Kann ich da drin einfach warten? So, dann ist es zwölf Uhr mittags. Ja, das ist genau die Nachricht, die wir schon mal hatten vor drei oder vier Folgen, die ich nämlich beim Gucken, worauf ich darauf kam, Probleme einzugeben. Ich glaube, ihr bahnt sich Ärger an. Wenn ihr einverstanden seid, können wir versuchen, mehr über das Problem herauszufinden, indem wir öfter mit allen wichtigen Leuten der verschiedenen Dörfer und Städte reden. Vielleicht können wir ja dann vermitteln. Sollten wir etwas Positives bewirken, können wir bestimmt Leute finden, die uns weiterhelfen. So, diese Meldung hatten wir und haben danach dann Ach, ein Wasserfall, okay, ist da rechts. Und haben danach dann Denken, Panty, Denken. Wir sind danach nach Srimalina hochgelaufen. Das war das, was ich sagen wollte. So, jetzt passiert das Ganze genau in den anderen Weg. Wir laufen zurück nach Biloveno. Ich glaube, das ist sogar schon hier. Ich weiß noch nicht, ob wir schon in dieser Höhle waren, die da ist. Das Wöffel gehe ich noch mal rein. Es sieht ja dann in der Übersichtskarte, ob wir schon mal drin waren oder nicht. Aber erst mal nach Biloveno und mit den Leuten reden. Genau, das muss ein Elefant oder sowas sein. Und das hört sich immer an, wie irgendjemand, der krank ist. Also nicht jemand, der sich übergibt. Das meine ich nicht. Sondern einfach nur jemand, der krank ist und hustet oder beim Atmen so Probleme hat. So ungefähr hört sich das ein bisschen an. Ich glaube auch, dass ich das Geräusch tatsächlich mit Vim Hospital in Verbindung bringe. Ah, da fällt mir ein Punkt ein, über den ich reden kann. Und zwar nicht mit Vim Hospital. aber ich habe jetzt ein Trello-Board. Das hatte ich zwar schon mal irgendwo angekündigt in asozialen und in sozialen Medien, aber ich kann es hier nochmal explizit sagen, denn ich werde ab sofort dieses Trello-Board verlinken. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bringt das euch? Was bringt euch Trello-Board, was ich habe? Ich meine da einfach irgendwie so, das ist so ein Ding, wo man, ich kenne das so ein Ding, da kann man irgendwie so Karten schreiben, die in verschiedene Spalten stehen und her schieben. Das ist so gedacht als so ein To-Do-Ding, dass man sich ein bisschen seine Arbeitsaufgaben einteilen kann. So, dann wollen wir doch mal zum Gemisch-Twan-Händler oder zum Gemisch-Twan-Händlerinnen eher gesagt. Hallo, Rioläa, ich möchte etwas verkaufen. Schauen wir mal die Steine, die sind wertlos. Gut, Dankeschön. Dann fliegen die alle einmal aus dem Inventar. Ich werde mal so zehn Stück behalten, einfach falls man die für irgendwelche Lösungen von irgendwelchen Rätseln gebrauchen kann. So, kaufen, da hat sie auch nichts Sinnvolles gehabt, weil das ist ja ein und dasselbe. So, Wohnhaus, Lebensmittel, Waffenschmied, Rüstungsschmied, das ist noch interessant. So, 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 wir wollen, wir haben Zeugs, wir haben einmal Zeugs zum Verkaufen, das mag dich interessieren. So, und dann haben wir auch Zeugs zum Kaufen. Guck mal, das ist so schön und es müsste stacken. Jawohl, und dieser blaue Punkt auch Feini und das Zeug hier auch. da muss ich immer noch Robbe denken. Wie macht die Robbe? Owned, owned, owned. So, und dabei habe ich schon komplett vergessen, was ich erzählen wollte. Ach ja, das Trello-Wort, genau. Also Trello ist so ein Online-Dienst, wo man sagen kann, hey, ich mache hier mir meine To-Do-Listen, kann da verschiedene Spalten anlegen. Wenn man im Team arbeitet, hat man dann oft so eine Spalte für Sachen, die zu machen sind, Sachen, die gerade in Arbeit sind und Sachen, die fertig sind. Dann zieht man die so von links nach rechts hin und her und kann es halt sagen, die Person macht das gerade. Ich habe mir Spalten gemacht. Einmal so generelle Dinge, die ich machen muss. Da ist zum Beispiel auf dieser Liste so eine Karte, die sagt, hey, du wolltest doch, oder beziehungsweise hey, ich wollte doch meinen DOS-PC fertig zusammenbauen. Weil ich manche DOS-Spiele, wie zum Beispiel dunkle Schatten, funktionieren weder in Emulation noch in der DOS-Box richtig. Also Emulation weder in der DOS-Box noch in der virtuellen Maschine richtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einfach den echten DOS-PC, ich habe hier noch eine entsprechende Hardware. Kriege ich eben mal schnell einen Schluck. dann lassen wir erst mal hier, wenn der reparieren kann, den kann er nicht. Ich komme erst mal zum Waffenhändler und reparieren, weil selbst das Reparieren ist billiger als, also die Waffe verkaufen bringt mehr Geld als wegzuwerfen. das Reparieren ist billiger als der Verkaufspreis der Waffe. So meine Güte, denken sollte man, reden sollte man können. So, dann haben wir das hier, das sind 100 Goldstücke und 28 Goldstücke. jetzt schon einfach, wer das Zeugs kriegt. So, da haben wir die Leder, die Lederweste. Die können auch Druiden tragen mit 3 Punkten Schutz. Jawohl, dann ist Kunak auch mal wieder geschützt. Und dann haben wir das Stilett, da haben wir den Sonnendolch, der 10 Punkte macht, mit Ländstrahl kann, aber 0 mal noch. Und dann haben wir Bradius Stilett, der macht 7 Schaden. Also nimmt er natürlich den Sonnendolch. Ach, guck mal, hier sind noch ganz viele Steine. Die schmeiß ich für König sind. Oh, wegschmeißen muss. Das macht auch 8 Schaden. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, einen Grund, dass ich das Bradius Stilett verwenden sollte. Und zwar, wenn es irgendwie einen Angriffsbonus hier in einem Bonus auf Nahkampf gibt. Falsche Klasse. Okay, kann der Druidle gar nicht nehmen. So, das verzierte Schwert, 9 Schaden. Kein Bonus. Nö, da kann ich es auch verkaufen. Ganz ehrlich sagen. 7 Schaden macht und ich nichts dafür. Ich meine, ich habe 100 bezahlt zum Reparieren. Platz hat er keinen. Schade. Dann gehe ich erstmal her und verkaufe das Stilett. Hier ist mir ein Prüfungsschmied. Der hat nämlich noch Platz, wenn ich mich irre. Eine Theke. Genau, ich wollte ja auch mit der Frau reden und nicht mit der Theke. So, Bagger. Da hat nur ein Einfeldplatz. So, ich glaube, der Grund, warum die andere nichts hat, ist, weil sie schlechte Preise macht. 200 Gold, das ist, wir haben jetzt ungefähr 60 Goldgewinn gemacht. So, er hier. Wir haben ein leichtes Kettenhemd und ein schweres Kettenhemd. Ich kann es also für Tom ein schweres Kettenhemd kaufen. das mache ich auch. Ich glaube, wenn Tom das schwere Kettenhemd zack, das zieht er an. So, jetzt komme ich nicht runter, das war nicht schlimm. Das leichte Kettenhemd darf ein Druide ertragen. Das heißt, das zieht jetzt Kunak an. So. Ah, das verringert Nah- und Fairkampf aber, aber das ist nicht allzu schlimm. Weil, hier, ja gut, das ist sehr verringert, aber er hat ja einen Nahkampfbonus, er hat also 86 ohne das Ding hat er 92. Na gut, das passt schon. Das verkaufen wir jetzt, weil es kann keiner gebrauchen. Deswegen konnte ich es auch nicht weiter steigern. Die sind gemaxt und dann Minus drauf durch das leichte Kettenhemd. Nu, understande ich. Mal wieder zurück, ich will mit ihr reden, danke schön. So. Ja, müsste nur noch eine Metallhalbschale nehmen. Schutz von 6. Wenn ihr die nehmen könnt, ist wirklich gar nicht geguckt. Äh, Wissenschaftler ja. Zum Himmelsverhalten. Wenn wir da Rüstung 5-Schutz. Ah ja, und die wird wahrscheinlich keinen Malus machen. Jetzt könnte ich natürlich die Kettenhemden untersuchen, ob die noch einen Malus auf Magie geben. Das sehe ich jetzt hier natürlich nicht. Ah, ich glaube, das ist okay. Feuerballon wo gehe ich als Zauber mit dem Tasch. Entschuldigung. Ich kann ja jetzt nichts von einem Charakter an den anderen geben. Jetzt hat er seine Pfeile wieder beisammen. So, haben wir das geschafft. Hier ist einiges am Platz dazu gekommen. Sehr fein. Und hier ist noch Zeug zu verkaufen. Gut, da nehmen wir eben nochmal Ich glaube, die Fackeln verkaufe ich einfach an die Gemisch-Warn-Händler. Ist hier noch was? Ich sehe tatsächlich nichts. die Hals-Kette. Gucken, hat jeder was an? Ja, die Hals-Kette kann ich noch verkaufen. Ich bin glaube ich auch bei der Gemisch-Warn-Händlerin. Achso, nein, nein, jetzt geht nach Süden raus. So, Gemisch-Warn-Händler. Das ist alles sehr flott. So. Hallo, ich habe hier was für dich. Moment, das Deckladder. Ähm. Ah, die beiden Dinger sind unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Inventare. Das hatte ich komplett vergessen. Ich kann die kleinen Kübelchen auch hier verkaufen. anschauen. Eine teppichartige Matte. Ich interessiere mich aber auch tatsächlich für ein Gespräch mit Violia. So, und zwar möchte ich etwas kaufen. Und zwar möchte ich dir das verkaufen. So. Und das geht nicht, weil das deckt nicht mehr hier drauf. Okay, das passt aber alles eigentlich soweit. Wenn ich jetzt sage, ich möchte verkaufen, dann ist die Ding. Ich glaube, dann gibt es mir auch schlechtere Preise. Ah, ich teile mir das Ganze hier schlecht. Komm. Wieder runter. Die laufen also random mäßig. Das ist ein bisschen. Also hier hätten sie es so machen sollen, dass die einfach stehen bleibt, weil du gehst ja nur dahin, um was zu verkaufen und zu kaufen. Sieht zwar weniger schön aus, aber es ist halt einfach spielbar. So. Genau. So. Ich weiß, das mag jetzt nicht die optimalste Lösung gewesen sein, aber im Zweifel können wir auch noch Geld grinden. so, dann speichern wir eben nochmal und so, nämlich diesen Spielstand und das heißt, das mache ich normalerweise mir auch schon, wenn die Kamera nicht mehr läuft, das heißt, dass ich die Folge für heute beende, auch wenn hier bei mir noch kein rotes Licht blinkt, aber hier stehen drei Minuten und ich weiß, ich habe den Timer erst zu spät angemacht. Das drückt schon mal wieder auf Stopp. und verabschiede mich von euch, ich war eben etwas für dich auf Stopp gedrückt und nicht auf die 30 Minuten zurückgestellt und ich wollte jetzt nicht neu einstellen, deswegen lasse ich jetzt doch nochmal ablaufen, aber ich verabschiede mich schon mal von euch und wir sehen uns nächste Woche wieder und dann gehen wir in den Rat und sprechen mal die Leute an und mal schauen, ob jemand uns zu dem Dokument was sagen kann, das wäre nicht ziemlich geil. Okay, also bis dahin, bis nächste Woche. Ciao, miau!